Oh, fuck! So, da sind wir! Oh, Alter! Unvollendete Geschichte! Ah, wir haben ja die Kultstätten. Und ja, genau, Sonnensymbol. Ich hab keine Ahnung. Ich seh zumindest nix, was man hier angrabbeln kann. Da hinterher ist das Radio. Ich mein, da ist das Radio aus. Hör mir mal an, aber... We all saw it. The mother accepted you into the following. So we should accept you into our... Das hatte er schon, glaub ich. Jetzt haben wir die Musik der Cutscene kaputt gemacht. Oh, weil ich das Radio ausgemacht hab. Jetzt kommt keine Musik in der Cutscene. So, ist das vielleicht außen? Mit der Sonne? Nee, eigentlich nicht. Ist genau hier, wo ich stehe, oder? Ich hab keinen Plan. Können wir noch mal draus gucken, aber ich denke nicht. Anhand der Farbgebung würd ich sagen, ja. Haben wir so nen Nest in der Nähe? Doch, das ist draußen der... Okay. Ah, okay. Da wir jetzt Sonnenkinder sind. Oh ja, stimmt, aber ja. Wahrscheinlich. Wir haben... Wir haben nicht wirklich in der Nähe so nen Nest, wo wir ausrotten könnten. War doch oben eigentlich, das. Wie oben oder rechts? Wie weit wäre das? 700 Meter? Und das andere sind 880. Lass das oben nehmen, dann haben wir oben clear. Komplett. Aber... Aber... Willst du fahren? Oder jeder für sich fahren? Oder jeder für sich fahren? Ist egal. Jetzt erstes da ist. Ich hätte jetzt auch noch Lazy gemacht und wir haben hier mitgefahren. Ja, dann los, steck rein. Da geht's. Nach meiner Bauchhahn. Sturmgewehr bei Augen statt. Für die... Shadow Hunters. Hier ist es fast zu schnell wie dein Auto, da? Oh mein Gott. Runa, runa, runa. Alter. Ohohohoho. Aua. Was sei ein Chaos hier bei uns? Nein. Wir werden Gott nicht verfolgen, alles gut. Wollen wir lang? Jetzt aber. Ist aber überall. Schnell. Ich brauche mal eine Lambearmung. Oh shit. Ich bin geheadshotet. Ich bin geheadshotet. Hier auch beide. Juhu. Was ist denn das hier? Ich bin geheadshotet. Ist alles zu. Ja, wir müssen laufen. Ich bin geheadshotet. Ich bin geheadshotet. Ich bin geheadshotet. Ich bin geheadshotet. Jetzt sind wir komplett fest. Ich bin geheadshotet. 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 Nee, das ist hier, komm her. An den Bahnschienen, oder? So, da. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, nein. Du siehst mich nicht. Boah. Boah. Holy moly. Krieg mal hin. Ja, lass ihn mal stehen. Das ist mir egal. Ich geh einfach hier durch und metze die gleich mit um. Vor denen will er da kommen, platzen sie. Ich guck mal hier links rein. Die Mucke, hier ist ein Lack, ein Limit. Ein was? Ein Lack fürs Auto. Keine Ahnung, und hier ist der Silas. Nee, hier hinten ist nichts. Nee, hinten drin auf jeden Fall. Kisten später. Silas Kiste? Ja, später. Machen wir alles auf dem Rückweg. Nee, aber hinten drin, weil da ist dieser rote Schimmer. Ja, ich weiß wo. Ich hab ihn. Auch nicht. Ich glaub, das war's schon. Nee, das muss weiß werden. Nein, ich weiß, aber das war's für den einen, meine ich. Ich hab den nächsten, glaube ich. Ja. Oh, Alter. Guck mal, was die Karte klingt. Und das war der. Und ganz hinten wahrscheinlich noch einer, oder? Ja. Ist auch down. Ja, das stimmt doch, Köln. Wir wetten im Dings drin. In einem dieser... Im Ballgong? Ja, hier. Der ist rot. Also. Wir haben das. Ja, er zusweiß. Hier drinnen ist halt noch voll die Partygerott. Können wir jetzt die ganzen Cischen aufmachen? Nein, die nicht. Die roten nicht, aber die Silas-Kiste. Die Ausrottung hat begonnen. Ich hab auf dem Weg hier eine komplette Fahrerstufe gemacht, Alter. Na gut. Du hast wahrscheinlich auch einen Haufen Punkte kassiert, weil ich die Schattenjäger abgeknallt hab. Das kann in der Tat auch sein. Weil die sind aufs Auto drauf und wollten mich ärgern. Nee, das ist noch nicht. Das Cischen ist die mittlere, die krieg ich auch mal. Okay. Hurra, beim ersten. Na, fast. Na, jetzt. Wendigkeit muss ich noch hochkriegen ohne Ende. Ja, Stufe 1 ist alles eher so. Ja, das ist mittlereck. Endlich kannst du das auch stehen lassen. Ich mach halt hier nochmal alles auf noch. So gewohnheitsmäßig. Wo war die andere? Ähm, im rechten Gang. Also im Seitengang. Ah, okay. Ah, jetzt hab ich die Bestbeschläge aufgesammelt. Egal. Wo waren die? Ich mach die mal auf die... Ah, hier drin. Ja, hier mit schwer. Open. Boah, eine Machete mit 1.040 damage. Mir war irgendwie zwei Hänner drin. Ich hab hier, die wir da haben. Okay, ich hab hier. Okay, wie wir da haben. Oh, das kann man wieder tiefer machen. nicht mehr. Du musst oben auf den Kringel achten neben deiner Lebensanzeige. Der wird immer ein bisschen vor. Ach, weil wir eine Legendenstupe sind. Der ist noch jetzt zur Legendary. Ich sehe schon, das waren hier sehr viele Trinker. Und zwei Spinnen erstmal Alkohol drin. Keine Lust, Spinnen zu knacken. Nee, ich habe keinen Bock drauf. Wenn es der Kist ist, wo es sich lohnt, ja. Aber... Oh, das war's. Jep. Wieder ein Nest erfolgreich erledigt. Aber ein einfaches Nest, ne? Äh, ja. Würde ich ja sagen, müsste ich zusehen, wie ich mein Auto da rauskriege. Finde ich ja, Autos. Dann piept leider nichts. Nee, aber Teile. Die, 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 die Premium-Zicker, äh, nicht Premium-Kippen. Die Autoteile. Gummi, Plaststärken, Kunststoff. Alles, was man so bauen kann. So Kunststoff. Schmierstoffe. Benzin. Braue ich eigentlich gar nicht mehr, aber egal. Schmierstoffe. Ey, kommt auch noch. So, das Messer ist hinüber. Oh, gut, dass du sagst. Bist du ein Händler oder ein Event? Entferne mal meinen Map-Marker. Oh, oh, fuck, die haben, die haben Knarren. Ich muss da ja mein Auto erstmal holen, Alter. Verstärktes Ramm-Gestänge eingebaut. Boah, Doppel-Doppel-Hit. Wir haben auch noch einen gezimmert. Gibt doch nichts Schöneres, als die Stahlbolzen aus dem Kopf zu ziehen. Unser Auto ist nämlich da hinten drin, weswegen... Ja, ja, die Frage ist, ob ich das da wieder rauskriege. Ich glaube schon. Ja, bestimmt. Ich sammle bei denen noch schnell die ganzen Schrauben an. Ja, mach das manchmal auch nicht so. Die Reparaturkosten sind schon nicht ohne. Nichts, glaube ich, kriege ich hier nicht mehr raus. Die Schrauben. Soll ich es versuchen rauszufahren? Sehr gerne. Hier sind noch mal Militärautos. Guck mal, wie es da steht. Ja, warte kurz. Tankstelle mit Benzin. Was geht hier ab? Loot Mania! So. Ich muss mal wieder mein Messer in die Hand nehmen. Ich nehme jetzt erstmal nur die Seite mit. Ich werde hier nie fertig. Oh. Oh. Trittst du mein Auto? Nein. Bleib vorsichtig, ich habe es gerade erst frisch getan. Ich bin der Umpark-Service. Ja, Kunststoff aus dem Bullen-Auto. Ah, aus dem Bullen-Auto kann man auch Kunststoff rauskriegen? Ja. Dann, sehr gut. Alter, hier ist ein Rammer. Let's kill him. Ja. Ja. Aber er dreht sich nicht um. Schieß den an, dann dreht er sich um. Schieß den an, dann dreht er sich um. Im Ernst, es war Kopfschussverlacht nochmal. Beinschuss ging in die Schulter. Dann hat er sich mal wieder im letzten Moment weggedreht. Ah, da ist noch ein Polizeiauto. Ich wollte mein Auto angucken. Ja. Ich habe den Rambock verstärkt. Sag dich das Team-Version? Nein, ich glaube nicht. Oder ich habe es nicht wahrgenommen. Werde ich dann in der Aufnahme sehen und wahrscheinlich denken, oh mein Gott, was ein Noob. Er hat es nicht mal gehört. Alter, jetzt habe ich ein Messer am Spitzen voll dran. Wirklich? Ja. Oh, nice. Kommen wir überfahren. Was wollen wir überhaupt als nächstes tun? Ah, suchen sie die Kultstätte genauer an. Ne, sehen sie sich die Kultstätte genauer an oder helfen sie weiter in der Sonne. Dann machen wir die Kultstätte. Das waren ja drei Städte. Welchen machen wir zuerst? Den da, oder? Der ist am nächsten. Ah, tag den mal. Hab ich. Google. Zwei Kilometer. Drück Q, dann siehst du diesen grünlichen. Ne, cool. Häng meine Zuge wieder raus mit Wind. Dabei fahr mich mal zuerst zu meinem Auto. Das kommt 600. Beifahrt der Straße nach. Und hier leicht links. Schade nach. Boah, Alter. Genau. Und jetzt hier querfeld ein, geradeaus. Geh geradeaus? Ne, hier links. Dann schau ich mal. Dann hier rechts querfeld ein. Und jetzt immer geradeaus. Ein kleiner Meter. Kommt ruhig zu einem die Farm hin. Weil Fahrerschub sollte ich vielleicht auch mal aufmachen. Links, 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 links. Ah, halt an, halt an. Hier fällt nämlich gerade ein. Polizeiaufels. Warum ist da rüber rauf? Das war Blutnippel von den Explodierenden. Ach so. Das ist ein Exploder. Ich bin gleich da. Okay, wir können. I got my car. Ich bin gerade durch diese Häuser durch. Ich bin gerade durch eins dieser Häuser durchgefahren. Wie du kaputt kaputt machen kannst. Was? Gummi. Wo hat man nochmal Gummi rausgekriegt aus welchen Autos? Aus Vans, oder? Ich brauche zehnmal Gummi für Reparatur. Hast du wieder eingestiegen? Ja. Seine Winsing auf. Oh, scheiße. Alter, hier sind zu viele Polizeiautos. Irgendwann ist jetzt mal meine kaputte Rüge. Ah, da war's nicht drin. Perfekt. Ja. Das war's nicht drin. Das war's nicht drin. Das war's nicht drin. Ich glaube, das ist random, weil ich kriege auch gerade Kabel aus normalen Autos raus. Episch. Das sah episch gut aus. So, alles reparieren. Neunmal Gummi fehlt mir. Ah, okay. Kommt da nicht der Highway? Sorry. Ja, perfekt. Nur die Motorhaube, BZ braucht keins. Warum sind die hier schon wieder so wahnsinnig? Ich hab keine Ahnung. Unsere Autos sind so laut. Nervte dich um. Ich bin nur hier um zu looten. I'm only here for looting. Ich glaube Gummi ist selten geworden. Am Anfang hab ich gefühlt immer ganz viel davon gehabt. Schau mit mir. Ich bin nur noch der Wind. Ich bin nur noch der Wind. Und ich bin nur noch der Wind. Was ist das? W-A-S-D? Ah, jetzt habe ich das. Alt und dann W-A-S-D? Ja, ich habe gerade eine weggeschleudert. Es taucht auf. Kurz bevor er dich angreift, schon klar. Ne, wenn du vor ihm stehst. Dann Alt und W-A-S-D oder was? Ja. Ja. Schmeißt du ihn weg? Finde ich jetzt nicht so trickel, um ehrlich zu sein, aber naja. Man muss welche Söten für ein System sein mit dieser Wurftechnik. Das wird wahrscheinlich irgendwo runterwerfen. 20 Schrauben, viermal Kabel, zwölfmal Gummi, um ein ganzes Auto zu verwenden. Tja, Gummi ist so schwer zu bringen. Es wird alles runtergegeben. Ich habe nicht genug Gummi. Nichts, Gummi musste ich aussammeln gerade. Was macht denn denn da oder so? Neunmal Gummi fehlt ihm. Oh Gott. Die Altar sind jetzt alle markiert. Ja. Das habe ich schon gesagt. Er klopft ihn. Heiß. Der hat eine geile Stimme, Alter. Erinnert mich ein bisschen an die Stimme aus Saw. Mit B redet er nicht. Ein Paladin habe ich bekommen. Braun, Atme. Allerdings nur in blau. Cool. Oh, das war ein Ripp-Bahn. Ich glaube, das ist kein Ripp. Ach. Gut dann. Gleich den Weg zur Auge. Lass mich da jetzt mal runtergehen. Doch, das ist eine Schweine. Egal. Ich auch. Neue Fahrstufe und Legendenstufe fällt mir gerade ein. Stufe. Jetzt habe ich auch verstärktes Ram-Gestänge. Ram-Gestänge. Was nehme ich noch? Ah. Verstärkter Käfig 3. Legendenstufe nehme ich glaube ich noch mehr Damage rein. Oder was war das andere? Ich habe mal beim Damage getankt. Ich nehme mal Ausdauer. Einfach mal einen Punkt rein. So, wie sieht der jetzt aus? Ah, jetzt halt hier so eine Motorhaube. Mehr oder weniger. Ja. Geil. Ja. Geil. Aber Stufe 10. Boah, Alter. Zurück. Wir müssen hier rechts abgehen. Wir müssen hier rechts abgehen. Wir müssen hier rechts abgehen. Okay. Hier? Kann schon. Dann hier wahrscheinlich hinten wieder runter. Yay. Und an der Schanze. Der Kniebel ist back in the house. Aber das ist ja kein Mofed. Und dann hier hoch wahrscheinlich. Oh shit. Halt an, halt an, halt an. Das ist ein Segen. Oh, der Baum hat mich davor gerettet in den Seen. Der ist da nicht tief hier oder was? Da, hier schon. Da kannst du dann auch noch versenken. Das reicht. Ich komm mal runter, mein Freund. Oh man! Ich seh dich. Was ist denn jetzt? Oh, das ist hier ein Hammer. Bitte da mal, komm mal. So, dann muss man hier anfängern, ja. Oh, das ist 7 Prozent, Alter. So, dann geht's auch. So, dann geht's auch. Oh cool, die erst saufen. Ja, so, dann haben wir da was jetzt, wenn wir saufen sind. Wir warten zu nehmen. Irgendwas wollte ich gestern bauen. Flugzeug. Das ist wirklich ein TFCV. Ich weiß nicht, woher ist. Ich weiß nicht, woher ist. Ein CRE-Paket. Ich seh den Rauch von hier aus. Das kann nicht allzu weit sein. Mein Wegpunkt gesetzt, 370 Meter. Oh, mein Auto ist noch gestern. Oh, mein Auto ist noch gestern. Beide. Ich... Beide. Hier ist auch wieder so ein Altar, die sind jetzt alle auf der Karte. Oh, eine Maske. Ja, sind sie. Jetzt wird es Far Cry-mäßig. So, dann nehmen wir das da, oder? Oder sollen wir das unten nehmen? Ach komm, machen wir unten, das liegt eh auf dem Weg. Weil hier unten haben wir ja nix mehr, nur ganz unten ein Schattenjäger-Nest, aber dafür ist es noch zu früh am Tag. Und ich mach hier auf jeden Fall noch mal einen Cut, bevor ich wieder losdüse.